ja heute haben wir mal petard hua liang vom bombage habe ich noch nie gehabt also ich hatte sie schon aber noch nie gezündet hier haben wir drei so sehen die aus die soll gut sein ist wohl auch bks drin werden wir mal testen habe ich vom kollegen karlik bekommen und jetzt bin ich mal gespannt also das war bis heute das leute bis jetzt heute das lauteste die sind ordentlich die man ja auch schön fürs genießen einer anderen heftiger schritt und der letzte ich hoffe er kommt noch ins bild und dann bedanke ich mich schon mal fürs zu sehen das ist ordentlich da ist definitiv zu merken dass da bks drin ist ich bedanke mich fürs zu sehen wir sehen uns bald wieder